Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Movie. Wir sind hier weiter im Jotelgar und zwar in der Boreanischen Tundra, wenn ich mich nicht irre. Ja, sind wir. Und wir haben gesagt, erstmal frei lassen wir mal da. So, die füttern, die freigeben, so. Mal gucken, Standleister, genau. So, ich muss jetzt gleich auch ein neues Pet holen. Ja, möchte ich. Können wir den nämlich dabei setzen? Ich glaube, mittlerweile geht das anders. Ich habe ewig lang keinen Jäger mehr gespielt. Ja, von damals. So, ich wollte, wir wollten nach da unten, wo es noch hier ist, mal. Ah, wir können auch nicht da noch anschauen. Gut, dann fliegen wir erstmal nach da unten. Mit Zeit gucken wir. Wir haben die Igonobiter, haben wir auch spüren. Sehr gut. Wir können jetzt ein Würmchen holen. Ah, Elefanten heißen auch so groß. Das sind auch groß, oder? Nice, oder? Super. Jetzt sind wir exotisch. Oh, das geht sich. Ja, super aus. Die da links hier so mega groß ist. Nein. Schön. So. So. Große Ausdauer. Notsauce. So. Ach und. Nehmen wir mit. Sport. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So. Rücken. Oh, wir haben keine Punkte mehr. Aber zumindest, dass das der glücklich wird. Und das da hochzählen. Und das da nicht. Nicht zählen. Was? 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 Ich würde mich einfach mal gut an. So. So. Boe. Oh, wie ist es? vom okay jetzt Schau mal, was ist das denn? Schau mal, was ist das denn? Schau mal, was ist das denn? So... Ja, ja, manchmal ist das... so doch viele der ist etwas kleiner und der stammt nicht so da schon mal ausgeschaltet und der verteilt gibt so jetzt fliegen wir nach darunter gucken wir uns das jetzt gleich mal an ich weiß gar nicht könnte man auch so ein rete nicht selber verdammt ja gut ich weiß ich war für wirklich ja im moment spiele ich ein spiel ich hin und wieder horde man hat mich gerade gewonnen warum ist die denn jetzt warum sind die denn jetzt böse aber wir sind ja nacht elf ja wir sind schon freundlich 9 und würde mich wieder da hinschieben k k k k k k haben wir denn die christian ist für die abgeben die jahr sehr gut braucht ihr was ich auch nicht machen sondern ich will da hin das lange geht glaube ich auch irgendwo in flug den holen wir uns da haben wir den schon auch haben schon viele flugpunkte sehe ich hier dann können wir direkt nach drachenöde fliegen weil da fangen wir dann quasi an den netten in der drachenöde drachenöde ist auch nett das ist nämlich selber ein biet mein 72 bis irgendwas aber stand das doch immer dabei oder ist es auf der neuen karte das kann sein da sieht mir doch aus der schönste der feil wir können ich erst mal Oh, oh. Questlove is now hidden. Ach so. Schau. Oh, okay. Verstehe. So. So, ignorieren. Oh, oh, oh. So, schön. Sternrohr und der Stirn. Ja. Ach so, nee, der wird uns hier weiter schicken. Verstehen. So, es geht erst mal zum Händler. Seid gegrüßt. Na, kann man mit dem Reustessen kaufen. So, es geht erst mal zum Händler. Oh, das. Oh, ja. Wir müssen auch Past verschicken. Unbedingt, sehe ich. Unbedingt. Hm, wenn wir gleich Past verschickt haben, haben wir nichts mehr in der Tasche, glaube ich. Kochen müssen wir skillen. Ja, meine Güte. Ich habe ja Millionen Sachen verloren. Aber gar nicht so bewusst. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja schon heavy. So, aber. Was ist unser Freund, der gerne begleitet? Käsebrot. Fungus. Was auch immer Fungus ist. Käse. 65, ja. 75. Kartoffelbrot. Ach, guck mal. Ich kaufe ein bisschen Kartoffelbrot. Gucken ist der da. Jo. Oh. Entschuld. Und süßen Honigtee nehmen wir uns auch mit. Schöne Sachen. Äh. 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 Da haben wir nichts mehr in den Taschen. Ja. Da brauchen wir immer noch die Schamanen. Äh. Äh. Post verschickt. Äh. Nicht mehr in der Tasche. Jetzt haben wir hier. Da sind auch Pfeile oder sowas für uns. Das ist nämlich knapp mit der Modizierung, glaube ich. nicht. Das nicht. Hallo. Aha. Der hat sowas. Das sind die. Die. Was für das tun. Ja. 1000 aus Decks. Wäre auch cool. Also jetzt habe ich die Pfeile verkauft. Jetzt kriegen wir nachher dann. Warte. Ich behalte mal 1000. Warte. Ich hab's jetzt nicht so verblasen. Wir halten mal. Die Pfeile. Nachher kriegen wir wirklich irgendwas neues Tolles. Sieht nämlich so aus. Dann können wir sie nur benutzen oder so. 75. Wir können theoretisch auch in dem Tannard-Dschungel. Ich guck mal. Ja. Können wir reparieren. Haben wir repariert. Für 3 Gold. Da gibt's auch Pfeile. Schön. Wie darf ich helfen? Oh. Ich glaub schon leider haben wir nicht danach schon mal. Aber wir können jetzt nur noch Dalaran. Und ich kann jetzt hier versuchen mal anzumelden. Wir haben jetzt was später als in der letzten Folge. Wir haben jetzt schon halb 10. So. Lock. Schön. Auto-Zoom-Buttons. Ja. Battle-Round. Show-Kalender. Okay. Show-Clock. Ist auch gut. Kompass. Auch gut. Dungeon-Difficult. Dungeon-Finder. Das ist auch gut. So. Koordinaten. Ach Quatsch. Rand ist das. Koordinaten. Lock. So. Jetzt haben wir die Koordinaten rausgezogen. Und. Oh. Das liegt nicht. Das liegt nicht. Das liegt nicht. Das liegt nicht. Oh nein. Ach. Ach. Wir sind hier Hunter. Machen wir das Grün auf. King. So. Lock. je nachdem ist doof wo das wohl so geht ok so sieht im prinzip aus wie das neue da labern ich weiß nicht ob wir hier schon fliegen können was kann ich für euch tun sie in den ehren gucken eine zeit lang wurde über daran abgemontet ja es gibt ja nicht mehr irgendwann hatten die das ja auch ausgemacht dann müssen wir das portal jetzt hin und er benutzen so und wieder hoch lustig so okay dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge von hier aus weiter nur den lasten noch mal nach oben da wenn es euch gefallen wird wenn ihr noch nicht habt lasst ein abonnier ist kostenlos natürlich und nun würde ich sagen sehen mit der nächsten folge wenn sie da ist let's play w.o.w. the war of the lich king und auf wiedersehen